Heute sprechen wir darüber, was ich in der Oberstufe gerne gewusst hätte. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und natürlich geht es hier viel darum, wie du diesen Traumschnitt erreichst, um Lernstrategien und was auch immer. Aber heute möchte ich mal ein bisschen anderes Thema aufgreifen, weil in der Oberstufe ist man natürlich viel mit der Schule beschäftigt, aber man denkt sich natürlich auch schon so, was ist eigentlich danach? Wer will ich sein? Und all solche Fragen kommen dann einfach sehr, sehr stark hoch. Und jetzt bin ja ich schon gut zwei Jahre aus der Oberstufe draußen und möchte euch einfach ein bisschen so meine Erfahrungen, jetzt auch rückblickend so mitgeben, was sich vielleicht im Endeffekt dann anders entwickelt, als man in der Oberstufe noch denkt. Und was ich mir vielleicht auch gewünscht hätte, dass es mir damals schon jemand in der Oberstufe gesagt hätte, dass ich vielleicht manche Dinge anders gemacht hätte, auch wenn ich ehrlich sagen muss, dass ich nichts ändern würde, weil ich einfach super happy bin in der Position, in der ich jetzt bin. Nicht nur berufstechnisch, sondern auch in vielen anderen Lebensbereichen. Und ja, darüber bin ich einfach nur super, super glücklich und sehr, sehr dankbar. Nichtsdestotrotz stellt man sich in der Oberstufe viele Dinge einfach anders vor. Ich möchte mal mit dem Klassiker beginnen, den ich immer sehr, sehr gern weitergebe, weil ich das immer nirgendwo anders höre. Und zwar nach der Oberstufe werden sich die Freundschaften sehr schnell trennen. Es ist einfach so. Also wenn du ein bis zwei Leute aus der Oberstufe behältst, bist du schon sehr, sehr gut. Vielleicht drei, vier bei extrem starken Klicken so. Aber mehr eigentlich nicht. Und es verläuft sich extrem schnell. Man ist sich gar nicht bewusst, wie sehr die Schule einen als Person zusammenhält und wie schnell man auch auseinanderbricht, wenn diese äußere Vorgabe, dass man sich da jeden Tag in dem Gebäude zu treffen hat, nicht mehr da ist. Deswegen, das ist sehr, sehr wichtig, da zu verstehen, hey, oh, das fühlt sich fix an. Und wechselt die Leute, mit denen du, keine Ahnung, vielleicht sogar acht Jahre deines Lebens eigentlich, ja, 200 Tage im Jahr verbracht hast. Und das ist auch in Ordnung. Ja, ich glaube, das ist auch so der nächste Punkt. Man hat, glaube ich, oft Angst, so, dass wenn das, was man jetzt aus der Oberstufe kennt, die Schulumgebung, die Freunde und so weiter, oder auch, dass man einfach nur Schüler ist, ist, dass wenn das wegfällt, man irgendwie in so ein ganz großes Nichts fällt. Aber das ist so, wie wenn ihr, keine Ahnung, Fallschirm von über den Wolken springen würdet. Ja, ihr springt los und ihr seht nur die Wolken nicht, oh mein Gott, was ist, wenn dahinter nichts ist. Aber dahinter ist natürlich was, ja. Und genau so ist es. Du kommst aus der Oberstufe raus und dann hast dein Abi gemacht und dann denkst du dir, wow, jetzt habe ich so viel Zeit. Ich habe gerade jetzt auch nochmal mit vielen Abiturienten von 2019 telefoniert. Und die sagen alle, das ist super komisch, weil du hast auf einmal so viel Zeit. Aber gleichzeitig ist es auch cool. Und ich meine, für die ist es jetzt alle noch ein, zwei, drei Monate frisch gerade. Und wenn du mit denen in zwei, drei Monaten sprechen wirst, werden die sagen, ja mein Gott, ich bin im Studium und sind dann voll mit dem Kopf im Studium und denken gar nicht mehr darüber nach, dass die ja mal in der Oberstufe waren. Ja, deswegen, das Leben ist immer so designt, dass egal, wo du auf einmal wieder nichts zu tun hast oder auf einmal wieder ein Glück ist, sie wird wieder aufgefüllt. Sie wird zwangsläufig wieder aufgefüllt. Das heißt, es kommt immer was danach, dann müsst ihr euch auch keinen großen Kopf machen. Auch wenn ihr das Gefühl habt, ich werde nie herausfinden, was ich machen möchte. Wenn du wirklich gar keine Ahnung hast, wirst du irgendwann aus Verzweiflung irgendwas machen. Dann wirst du merken, okay, was gefällt mir daran nicht, was gefällt mir. Dann wirst du dir danach irgendwas suchen, was ein bisschen näher an das rankommt, wo dir mehr gefällt und weniger nicht gefällt. Ja, das heißt, egal was, da müsst ihr euch auch um eure Zukunft keine Gedanken machen. Es wird eine Lösung finden. Auch wenn ihr das Gefühl habt, ihr schafft euren Traumabiturschnitt nicht und könnt damit nicht das studieren, was ihr machen wollt. Dann kommt es ins Coaching, aber wenn ihr das nicht könnt oder es trotzdem nicht klappen sollte oder was auch immer, dann wird auch danach sich irgendwas anderes ergeben. Dann der dritte Punkt ist, ich glaube, es gibt nichts Wertvolleres als nach dem Abitur einfach wirklich seinen eigenen Weg zu gehen. Und ich glaube, in der Oberstufe denkt man sich das zu einem gewissen Grad schon, aber man ist trotzdem auch immer noch sehr beeinflusst davon, was die Freunde denken, was die Eltern denken und so weiter. Und deswegen, ich war eigentlich nie ein großer Fan davon, so zu empfehlen, nach dem Abi einfach mal reisen zu gehen. Aber ich glaube, dieser physische Abstand kann einfach extrem stark helfen, dass ihr einfach auch lernt, euch nicht mehr so sehr an den anderen zu orientieren. Ich glaube, das ist einfach super wertvoll. Ich meine, als ich diesen YouTube-Kanal hier gestartet habe, hat keiner gecheckt, was ich hier vorhatte. Keiner verstanden, was der Typ da jetzt macht. Aber ich bin auf meinen Weg gegangen. Wenn ich ihn nicht gegangen wäre, dann hätten wir jetzt hier nicht drei Millionen Aufrufe und hätten auch nicht so vielen Schülern geholfen. Und das ist, glaube ich, ein super wichtiger Punkt. Und egal, was für einen crazy Gedanken du hast, so diese ein, zwei, drei, vier Jahre nach dem Abi, stresst dich auch nicht mit einem Studium zu sehr. Ja, fangst halt nicht vielleicht in den ersten fünf Jahren an und vielleicht auch nicht erst in drei Jahren. Aber habt ruhig einfach mal den Mut, was auszuprobieren. Seid mal bereit, vielleicht auch was zu machen, wo ihr gar keine Ahnung habt, wozu das führt. Und seid auch bereit, vielleicht erst drei Jahre nach dem Abi mit eurem Studium zu beginnen. Ist jetzt sicherlich nicht der Plan für jeden. Aber einfach mal drüber nachzudenken, sich vielleicht auch mal mehr als ein Jahr Pause zu nehmen. Kann ja super Sinn machen. Damit meine ich aber dann nicht drei Jahre einfach nur rumchillen und eben gar keine Erfahrung machen, sondern eben genau Erfahrungen machen. Auszuprobieren. Weil das vielleicht zum Beispiel das Gefühl von irgendeinem Studium, dass dir das ganz bestimmt gefallen wird. Dann hast du das Studium und merkst, verdammt, das ist gar nicht das, was du machen willst. Oder du hast eine Vorstellung davon, boah, ich baue mir nach dem Abi ein Business auf. Und dann fängst du mal sechs Monate an, ein Business aufzubauen. Und dann merkst du, was es bedeutet, ein Business aufzubauen. Und zwar nicht die ganze Zeit Champagner und am Strand chillen, sondern jeden Tag viel mehr, sehr harte Arbeit, viel Druck und was weiß ich alles. Und all das, worauf die meisten einfach keinen Bock haben. Und dann merkst du, okay, shit, dann werde ich vielleicht doch kein Unternehmer. So, egal was es ist, ja, du musst halt einfach mal ausprobieren. Und deswegen, wirklich, macht euch dementsprechend auch jetzt nicht in der Oberstufe, sondern den Kopf, was mache ich danach, was mache ich danach. Wenn ihr dann euer Abi habt, dann fangt an euch auszuprobieren. Und genauso auch, lasst euch auch, das glaube ich der vierte Punkt, lasst euch nicht unter Druck setzen. Weder nach dem Abi noch in der Oberstufe. Das heißt, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ja, in der Oberstufe müsste man aber das und das und das schon mal machen. Nee, musst du nicht. So, du musst weder in der Oberstufe wissen, was du danach machen sollst, noch zum Beispiel solltest du noch, macht es meiner Meinung nach keinen Sinn, zum Beispiel auf eine Beziehung in der Oberstufe zu verzichten. Das höre ich auch immer öfter irgendwie, dass Leute zum Beispiel sagen, ja, ich habe jetzt keine Beziehung in der Oberstufe, weil ich muss mich so sehr auf die Schule konzentrieren. Hey, wenn du da eine Person gefunden hast, mit der sich einfach alles gut anfühlt, dann teilt doch auch diese Lebensphase. Und all die Sachen deswegen, und genauso ist es aber auch nicht, dass du eine Beziehung in der Oberstufe haben musst oder in deinem Leben schon mal gehabt haben musst. Ich glaube, das ist einfach super wertvoll. Es geht sehr stark Hand in Hand mit den drei, mit dem dritten Punkt gerade, dass du dir selbst vertrauen sollst, einfach deinen Weg gehen sollst, weil das bedeutet gleichzeitig auch, dass du dir keinen Druck machst von außen, vor allem auch. Deswegen lass dir selbst auch einfach die, die Zeit. Ich glaube, auch durch Instagram und Vergleiche und so weiter, ist man mal ganz schnell, oh, die Person schon so und so weit in ihrem Leben und wow, und schau, wo sie wieder waren, wie auch immer. Und wir denken immer, wir müssen auch so sein. Aber das ist Schwachsinn. Du musst einfach nur wie du sein und du musst daraus einfach die beste Version machen und wie auch immer das aussieht. Und wenn du, keine Ahnung, sagst, du wirst einen total einfachen Beruf machen, ist es doch genauso gut. Ist einfach genauso gut. Aber du musst halt deine Sache machen. Und wenn gleichzeitig limitiert zum Beispiel auch nicht deine eigenen Ambitionen. Ich bin zum Beispiel einfach ein mega ambitionierter Mensch und ich werde mich die ganze Welt komplett verändern. Und dann mache ich das halt. Und da lasse ich mir halt auch nicht von irgendjemandem erzählen, naja, muss ich auch nicht immer so übertreiben, kann sich auch mal ein bisschen entspannter machen. Wenn ich mich entspannen will, dann entspanne ich halt. Und wenn ich halt Bock habe, Gas zu geben, gebe ich halt Gas. So, ist ja ganz einfach. Und sich da, glaube ich, auch ein bisschen wieder diese Lockerheit zu holen. Deswegen rede ich da jetzt auch sehr offen und auch, glaube ich, auf so eine lockere Art eben auch. Weil ich einfach will, dass ihr nicht mehr so sehr in Solls denkt. Ja, ich sollte, aber bla bla bla. Schwachsinn. Dass ihr euch nicht mehr so viel Druck machen lässt und dass ihr einfach mehr euch selbst vertraut. Wenn ihr das mal habt, ist schon richtig gut. Und der letzte Punkt, den ich euch noch mitgeben möchte, ist die einzelnen kleinen Situationen, wo man in der Oberstufe, während man in der Oberstufe ist, denkt, dass sie so viel ausmachen. Sei es, dass ein Lehrer einmal richtig Ehr gibt oder man mal eine Klausur richtig in den Sand setzt oder vielleicht auch zwischen irgendwelchen Schülern was passiert, wo wir denken, oh, das ist jetzt aber richtig krass. Seid euch bewusst, dass es nur an dem Tag, vielleicht allermaximal in dieser Woche krass ist. Aber ihr habt es wahrscheinlich noch in der Oberstufe in einem Monat vergessen, sowieso in einem Jahr und zwei Jahre nach, wenn ihr mal zwei Jahre aus der Oberstufe draußen wart. Ich meine, klar gibt es geile Erfahrungen und es gibt lustige Sachen, die passiert sind und Dinge, die auch nicht cool waren und so weiter. Aber ich glaube, ich habe jetzt nichts aus der Oberstufe oder Abitur, wo ich sagen würde, wow, das hat jetzt noch voll die große Bedeutung, wo ich jetzt noch täglich drüber nachdenke, irgendwie wie das sein konnte oder wie krass das war oder sonst irgendwas. Das ist einfach nicht so. Ja, weil es kommen einfach danach einfach nur ganz viele neue Dinge, die nochmal viel größer oder wichtiger sind, worüber du dann nachdenkst. Das heißt, seid ihr auch bewusst, das, was jetzt passiert, spielt hinten raus keine große Rolle. Ich hatte auch mal drei Punkte in der Sozialkunde-Klausur oder zwei Punkte in der Physik-Ex. Hab trotzdem meine 1,0 Abitur-Prüfungen geschrieben und bringe euch jetzt bei, wie ihr das Gleiche tun könnt. Wo man auch sagen könnte, angenommen, ich hätte schon vor der Oberstufe gewusst, ich will Abitur-Coach werden. Oh mein Gott, wie kann es denn jetzt sein, dass ich jetzt da drei Punkte geschrieben habe? Ja, nee, Fehler gehören ja dazu. So, und daraus lernt man. Oder auch, wenn ich damals schon gewusst hätte, dass ich Psychologie stehen würde. Oh nein, jetzt schaffe ich da keinen Einsatzschnitt mehr, jetzt kann ich das nicht mehr schaffen. Auch vollkommener Schwachsinn. Das heißt, all die Dinge, von denen du jetzt denkst, wow, das ist super schlimm, wird sehr, sehr bald gar keine Rolle mehr spielen. Deswegen hakt euch auch da nicht auf so Vorfällen auf, egal in welcher Hinsicht, mit euch selbst, mit anderen, mit einem Lehrer, mit einer Prüfung oder einer Note. Denn es ist langfristig gesehen egal. Deswegen heißt es nicht, dass ihr nichts machen sollt. Ja, wenn ihr mal eine richtig schlechte Note in Mathe oder so bekommen habt, dann lernt für die nächste wieder, dass es wieder passt. Aber habt auch nicht das Gefühl, dass es irgendwas geben könnte, was da passiert, was jetzt nicht in einem extremen Fall ist. So, alle, abgesehen von den extremen Fällen, es wird euer Leben nicht definieren. Ja, auch selbst, wenn es die eine Note ist, die euren Abischnitt so weit runterzieht, dass ihr euer Studium nicht mehr machen könnt. Ihr werdet einen anderen Weg in das Studium finden. Ihr werdet eine andere Sache mitkommen. Ihr werdet ein anderes Studium finden. Nur, das wollen wir halt oftmals aus unserer Perspektive damals noch nicht sehen. Aber darauf müsst ihr einfach vertrauen. Und dann wird das auch sehr, sehr cool. Deswegen, in diesem Sinne denkt dran, ich glaube an dich, wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo. Dein Leo.